Vernichtendes Urteil über den IAAF. Die unabhängige VADA-Untersuchungskommission hat dem Leichtathletik-Weltverband Unfähigkeit und Komplettversagen im grassierenden Dopingskandal vorgeworfen. Korruption sei in der Organisation verwurzelt. Im zweiten Teil ihres Untersuchungsberichts attestierte die Kommission der IAAF einen kompletten Zusammenbruch ihrer Führungsstrukturen. IAAF-Präsident Sebastian Coe zeigte sich in erster Linie dankbar. Ich bin der Kommission sehr, sehr dankbar für ihre Arbeit. Sie hat sie fleißig und sorgfältig gemacht und uns geholfen bei unserem Reformprozess. Wir werden uns viele der Empfehlungen des Reports sehr, sehr genau ansehen und sie dann in unserem Reformprozess berücksichtigen. Die Glaubwürdigkeit der IAAF liegt nach den neuesten Enthüllungen damit mehr denn je am Boden. Der Skandal soll auch die Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2020 betroffen haben. In einer Fußnote des Berichts heißt es, die Bewerberstadt Istanbul habe die Unterstützung des ehemaligen IAAF-Präsidenten Lamin Diak deswegen verloren, weil die Türkei keinen Sponsorendeal in Millionenhöhe abgeschlossen habe. Die Spiele 2020 wurden letztlich nach Tokio vergeben.